Wir konnten unsere Kreativität nicht wirklich ausleben. Was wir aber konnten, war Leute auf eine Website bringen. Und wir haben auch sehr, sehr groß gedacht. SEO macht einen riesen Unterschied für das Business. Ich habe da dutzende Beispiele quasi auch aus dem Alltag. Welche Mitbewerber ranken für welches Keyword? Wie viel Suchvolumen hat welches Keyword? Das ist viel zu manipulierbar. Der ganze Prozess ist noch wesentlich komplexer. Und das ist dann im Endeffekt auch der wichtigste Ranking-Faktor. Man merkt einfach, dass vor zehn Jahren war das alles noch gar kein Thema. Dieses Jahr aber schon. Und genau das musst du auch tun. Du musst nicht mehr tun. Es sind ja mal richtig gute SEOs, lassen sich halt nicht in die Karte gucken. Abgesehen von uns mit der Dokumentation. Würdest du halt vielleicht mega viel Zeit verlieren, in der du Umsatz machen könntest. Genau diese Momente, dafür macht man das alles. Backlinks sind gegen die Richtlinie. Auf der anderen Seite funktioniert das aber. War gut? Ja. Okay. Okay. Okay.